Psst, sei leid. Ja, da kommt der Nächste. Okay, warte mal. Wir machen die da mal weg. Und versuchen den dann zu kloppen. Ja, da kommt aber noch einer. Der würde uns sehr stören. Dann mache ich zuerst den da. Dann gehe ich zu dem. Oh, da komme ich ja der Nächste. Ja, vier, vier, komm. Sehr schön. Hat er echt gerade Sorgen, dass der D4 nicht mehr akzeptiert? Du ja, das wollte. So, wo ist denn mein... Kattelie-Pups? Hier vorne. Nee, ja. I'm a shark in the warlock. Dann komm neben, I will eat you. Oh. Ein Eindringling. So. Genug Damage für Eintritt. Oh, da ist noch einer. Da hinten. Das ist unpraktisch. Den muss ich zuerst töten. Ich darf den halt... Okay, okay, okay. Jetzt... Äh... Faustkampf, komm. Faustkampf. Ah, ja. Ich habe den... Oder? Ich glaube schon. Gut, jetzt machen wir mal gescheit. Alter, du weißt gerade deinen Gefangenen. So aus? Ja, keine Ahnung. Akzeptiere mein Angebot und arbeite für mich. Als würden Spartaner das machen. Gut. Was kann der denn so? Ähm... Lies, dass ich für fast eine Gesichtsaustrücke in den Montag. Ja? Ähm... Genau. So. Maximale Schiffspanzerung. Was hat der? Feuerkraftgewinn durch Speertreffer. Ist mal sowas von mir egal. Der ist schlecht. Ich will mein Geld zurück. So. Ähm... Soll ich dich befreien? Na gut. Der will gehen nicht blöd. So. Jetzt fehlen nur noch die vier da oben. Vielleicht sehen die ja deshalb, dass ich gerade hier den Gefangenen befreie. Gern geschehen. So. Warte. Vorhin habe ich doch mehr Schaden gemacht. Hm. So. Also den da könnte ich töten. Oder ich mache den da und den da halbtot. Das ist ja süß. Das hätte ich jetzt, ähm, nicht gedacht, dass das so läuft. Ach. Du hast überlebt? Ja. Ach ja? Krass. Wir kämpfen auf dem Dach. Das ist mal sowas von cool. Ich habe gerade sein Gesicht getreten. Und der ist... Der hatte einfach nichts zu machen. Oh. Das hat weh getan. Ach. Den... Den kann ich ja nicht treten. Ach so. Das war's also. Wie? Das war's also. Noch war's denn hier gar nichts. Das war's. Stimmt. Den kann ich ja nicht. Gut, den einen habe ich jetzt. Du bist die Mühe nicht mehr. Ach ja. Ich habe da eine ganze Armee platt gemacht. Au. Au. Oh nein, ich wollte den ja auch noch... Aber egal. Du bist die Mühe nicht wert. Der war sowieso blöd. Der war eigentlich auch blöd. Kann ich den nicht anheuern? Ich glaube, den will ich auch gar nicht anheuern. Der ist ein bisschen getrunken. Gut. Aber alles fein. Alles gut. Wir haben es geschafft. Mit geheurem Mut. Ah, ich bin stolz auf ihn. Ah, fuck. Nein. Der ist das Feuer linear ausgebaut. Schön. Wie der da rumhängt. Schöne Bugs. Hallo. Willst du frei sein? Kann ich dich befreien? Oder bist du einfach nur da? Du bist einfach nur da. Helm des Sieges. Alter, der Helm ist ja richtig hässlich. Gut. So. Ähm. Ich würde fast sagen... Also wir hätten jetzt noch zwei fette Gebiete. Die Frage ist, ob ich die jetzt... Ja komm. Ne. Okay. Die Frage habe ich mir jetzt schon beantwortet. Ich mache die auf jeden Fall jetzt noch schnell. Und das ist dann das Letzte, was wir machen. Alter, du bist so ein Held, ne? Alleine gegen die ganze Armee hier. Ja, okay. Ich mache gerade nichts anderes. Ich bin verwirrt, was die Frage ist. Ne, die Frage war gerade, die ich mir gestellt habe, weil es jetzt schon 7 ist, ob wir jetzt eben Schluss machen und, ähm, und, äh, Rome spielen oder ob wir schnell das noch machen. Amo, ich habe mich entschieden. Es wäre ja blöd, hier jetzt die Hälfte zu machen und dann nächstes Mal, ähm, ja. Warte mal, ich werde mal kurz was probieren. Das, das vergesse ich nämlich die ganze Zeit. Warte. Ah, verdammt, das geht nicht. Verdammt. Der ist gerade ein bisschen abgekackt. Warte mal. Scheint ja ein tolles Monster zu sein. So ein dicker Sack wie du. Genau, ja. Hm. Schade. Das hat ein bisschen länger gedauert, als ich geplant habe. Ähm, so. Was macht der jetzt eigentlich da hinten, der Athena? So, von wegen, ha, hier sind keine Feinde mehr. Das heißt, ich habe da den Zeltplatz besiegt. Und, wisst ihr, was ich mache? Ich mache so. Und so. Alter. Bin ich gut, oder bin ich gut? Grüß Gott. Geh ins Haus. Warte mal. Oh. Die Asiaten haben ja nicht Karate entwickelt. Das waren die Spartaner. Entschuldigung. Oh, du hast mir wehgetan. Entschuldige dich. Oh, du hast mir wehgetan. Entschuldige dich. Was? Ich weiß selber nicht was. Ja, ich bin wirklich gleich tot. Nein. Alter, jetzt vergiftet er mich noch. Ich glaube ja, ich spinne. Das glauben alle. Ich weiß. Scheiße, scheiße. Du willst mich doch verarschen. Also, das ist schon ein heftiger Dude. Stimmt, ich habe hier keine Pfeile mehr. Alter, der ist schon... Au. Lass uns Freunde sein. Ich weiß, ich habe vor deinen Augen deinen Kumpel getötet. Aber... Deswegen muss man mich... Ich wollte dich nicht verletzen. Oder dein Freund. Oh, das sieht schick aus. Oh, der Lally. Oh, full life. Half life. Wie schnell das geht? Au. Boah. Das war ein... Ja, schau mal. Hä? Der hat mich noch verkommen? Hau. Hau. Ja, irgendwann... Der Tod ist immer klar. Hau. Gut. Ja, war gar nicht anstrengend oder so. So. Sicher hätte... Das wäre, glaube ich, auch einer gewesen, der ziemlich gut in... Auf unser Schiff gepasst hätte. Ich lege die einfach mal weiter hin. Weil der war schon... Der war schon nicht schlecht. Juuu. Juuu. Also... Tschüss. Gut. Ja, wie hast du gesagt. Also tschüss. Hat wohl nicht geklappt. Gut. Ähm. Genau. Zwei von drei haben wir. Jetzt kommt das letzte. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Juuu. 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 Okay, mal schauen, ob ich hier alle habe. Vielleicht müssen wir ja dahin... Ja. So. Ich schau gleich mal auf den Chat, damit die Sache nicht wieder sagen kann. Ich habe... wieder nicht auf den Chat geschaut. Okay. Ähm. Tobi prügelt die ganze Zeit. Die Leute in Zeiten von Corona zurück in die Zeit. Ach Gott. Gigi. 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 Gut gekämpft. Ja. Also... Die Erklärung... ist... auf jeden Fall... interessant. Ähm. Ich sollte mich mal hinklenen. Jetzt schläfst du spart das Zaun kennen. Oh, das will ich sehen. Okay. Okay. Nimmt er einen mit oder nimmt er keinen mit? Warte mal. Schade. Ich hatte gehofft, dass die das nicht sehen. Haha. Das wäre viel zu lustig gewesen. Hallo. Ich bin die Kassandra. Schade. 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 Warte. 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 Ein Moment. Ich muss mir gerade noch Pfeile craften. Entschuldigung. Dankeschön. Und jetzt können wir weitermachen. Finde ich hier was? Alter, du hast den Athena getötet. Der, der alleine gegen eine ganze... Schrei doch nicht so. Der wollte alleine gegen eine ganze Garnison kämpfen. Das ist doch mal... Interessant. Ich strete dich. Und du trittst mich. Alter, das war mal ein heftiger Finisher. Gut. Das dürfte Cleon interessieren. Und wäre der Beweis, den er will. Und der chillt hier ganz normal. Bye bye. Oh, der verbrennt jetzt. Ja ja, schon klar. So. Ich hole mal kurz den. Von da oben runter. Hi. Und da hier. ja jetzt fällst du runde guten tag so dann probieren wir mal wir probieren mal den zu unmächtig zu machen ich glaube der ist ganz ganz schön wieder den ich bin so froh dass wir das heilen gemacht haben was der wurde nicht er wurde nicht geblendet ja daneben treten auch noch das ist viel zu leicht ja viel zu leicht hier jetzt schlägen wir dreimal nicht der macht einen richtig fiesen schwinger ja also schreit doch nicht so blende ich warte dass ich mich wieder heilen kann und zwar so jetzt reißt du schon wieder das finde ich echt unangemessen ich habe doch kuh gedrückt ich habe doch meine kuh gedrückt zu Das war's. Das war's.